wunderschönen guten morgen meine lieben youtuber und willkommen auf meinem kanal peter rockabilly1950 ja noch mal ein kurzes update zu gestern nach meinem frühstück beim bäcker und mein rührei sollte es eigentlich auf eine haushaltsauflösung gehen die über drei stockwerke hoch ist ja ihr kennt das ja derjenige hat sich dann gemeldet und hat abgesagt obwohl es eigentlich noch davor hieß am telefon einen tag davor wo wir noch telefoniert haben am samstag das eigentlich nur am wochenende kann ja und dann dachte ich mir damit ich nicht ganz umsonst irgendwo durch die gegend rumfahre habe ich halt dann für euch mit absprache das depot vom ps speicher verfilmt und wie gesagt dort seht ihr ja großraum limousinen aus dem anfang 1920 bis 70er und natürlich auch 80er jahre alles habe ich nicht geschafft zu verfilmen deswegen werde ich dann noch mal hinfahren müssen und den rest noch mal so ein bisschen zu verfilmen aber ich hoffe ich konnte euch damit erstmal hier so ein bisschen auf meinen kanal unterhalten und bedanke mich bei eurer treue von meinen abonnenten und wünsche euch erstmal einen schönen start in die woche heute ist bei mir auf dem plan angesagt hier bisschen zu hause mein lebhaftes hobby heimmuseum sauber zu machen also sprich groß lüften staubwischen saugen badezimmer putzen heute ist einfach so ein allround haushaltstag damit das einfach hier immer schön sauer bleibt falls wirklich meine kinder kommen oder besuch kommt oder 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 in dem sinne wünsche ich euch einen schönen tag ich werde mir jetzt erst mal noch schnell kaffee machen und dann geht es auch hier schon los